If the wind in my sail on the sea stays behind me One day I'll know If I go there's just no telling out for how Hallo Hallo Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Es ist Montagmorgen, ich habe mich jetzt fertig gemacht, hab was gefrühstückt Ich habe mich in meine Arbeitsklamotten geschützt Ich fühle mich immer wie so ein BVB-Fan, wenn ich das anhab Aber die Farben sind halt weiß, schwarz, schwarz-gelb Ja, ähm, ich habe heute meine Augenbrauen wieder mal ein bisschen anders gemacht Ich finde es ganz gut, ich muss gucken Es könnte sein, dass die wieder ein bisschen größer sind Ach, ich kriege es einfach nicht hin Ich sehe das immer erst in der Kamera Ich filme einfach so ohne Augenbrauen Nein, ähm, da kommt der kleine Mann Bong, vom Schrank runter Der pennt nämlich immer Da oben Ich kann das nicht Da, in der Box Schläft er Ja Ne, kleiner Mann Jo, und sonst gehe ich jetzt arbeiten Bis 20 Uhr Danach Entweder heute Abend oder spätestens morgen Abend Muss ich mein Video für Mittwoch schneiden Ach, Salz Und sonst Nix In der Mittagspause schneide ich meinen Vlog Der heute online kommt Ich habe herbe den Fleck auf meiner Linse Was genau wird das? Wenn Sie fertig sind Herr Stelinski Was ist Ihre Mission? Haha Was eine Perspektive So Jetzt muss ich auch gleich mal los Noch 10 Minuten ungefähr habe ich Ja Jetzt dürfte meine Augenbrauen gleich sein, oder? Das ist übrigens mega geiles Wetter Natürlich dann, wenn ich arbeiten muss Aber egal So ist es eigentlich immer Und ich habe mich heute mit Eigentlich so gut wie nur einem Lidschatten geschminkt Zumindest Das hier alles Hier noch ein bisschen verblendet mit Braun Und dann halt gehighlighted Aber sonst Nur ein Lidschatten Das ist so einer von P2 So ein Monolidschatten So, ich habe jetzt Mittagspause Sitze jetzt hier Schneide meinen Vlog Für heute Guckt mal, wie süß ist Der kleine Mann leistet mir Gesellschaft Ne? Mein kleiner Spatz Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das findet mit dem Vlog Ich habe da ja so ein bisschen Von meinem Tag einfach so gefilmt Und mit Musik unterlegt Könnt ihr mir mal schreiben Ja Ja Styles Hallo Nicht an Geht's noch? Kannst du das lassen? Ja Und danach mache ich mir irgendwas zu essen Weil ich habe Hunger Der Lippenstift hält voll gut Das ist so ein normaler Lippenstift Von NYX In T-Rose oder so Hast jetzt meinen Arm angelegt Das war ja süß Hält voll gut Nice Zack Pause ist rum Ich werde jetzt wieder arbeiten gehen Und dann sehen wir uns Wenn ich Feierabend habe Tschüss Welcome back Ich habe jetzt Ich habe jetzt Feierabend Es ist um 8 Und Ich glaube ich werde mich als erstes abschminken Wo mein Popsocket ist abgegangen Weil ich hatte den jetzt schon An drei verschiedenen Hüllen dran Und jetzt klebt es halt nicht mehr Was scheiße ist Und es ist richtig furchtbar Mein Handy jetzt so festzuhalten Weil das Ding war echt geil Ich habe da schon Oh Ich habe schon versucht das mit doppelseitigem Klebeband Jetzt dran zu kleben Aber es ist zu schwach Von Klebefähigkeit her Ja Und Ich werde mich jetzt abschminken Ich hasse es geschminkt zu Hause zu sein Deswegen ist das das erste Was ich jetzt tue Werde mich chillige Sachen anziehen Und dann geht es eigentlich weiter mit der Arbeit Denn dann muss ich noch ein Video schneiden Was am Mittwoch kommen wird Und das ist ja für euch dann schon morgen Es wird was mit Haaren zu tun haben Ja Und Ich werde mir jetzt noch Essen machen Und was gibt es sonst noch zu sagen Danke für eure Kommentare Möchte ich einmal sagen Ich hatte das ja mit diesem negativen Kommentar angesprochen Im Video Was einfach nur so random dahergesagt war Weil Mich das jetzt nicht so getroffen hat Oder so Aber Ihr schreibt mir sehr herzliche Sachen Was mich sehr freut Und sehr glücklich macht Und ich liebe es So was zu lesen Ja Und momentan Kommentiert ihr sehr wenig Kann das sein Woran liegt es Gibt es einen Grund dafür Falls ihr einen nennt ihn mir Ich lese eure Kommentare nämlich sehr gerne Von mir aus könntet ihr 100 Millionen Kommentare unter ein Video schreiben Ich lese mir sie nämlich immer alle durch Weil ich das sehr sehr gerne mache Dann liege ich so auf dem Sofa oder im Bett Und lese das so durch Und das macht mich immer sehr glücklich Deswegen von mir aus dürft ihr sehr gerne Sehr viel kommentieren Daumen mit Popsocket nach oben dafür Warum klickt er hier so gut Und an meinem scheiß Handy nicht Es ist belastend Die Katzen machen irgendwelche komischen Dinge Wo habe ich das jetzt hingeschmissen? Ich habe keine Ahnung Wie ihr merkt Ich drücke mich vor meiner Arbeit Ich habe keine Lust jetzt noch weiter zu machen Ich bin feuernd Aber nein Das Video muss geschnitten werden Schnitte Was sagen sie dazu? Hm? Hm? Okay Freunde Freunde der Sonne Ich könnte auch einfach mein Popsocket hier auf die Linse kleben Dann seid ihr weg Ah Bzw. ich bin dann weg Nicht ihr Hm Motivation für Vanessa Danke So ihr Lieben Ich habe mein Video fertig geschnitten Habe es auch fertig schon Was war das? Gemacht Infobox Anmerkungen und sowas Und werde ich jetzt schlafen können Dann würde ich sagen Sehen wir uns morgen wieder Ich hoffe ihr hattet einen tollen Tag Und Schreibt Kommentare Schreibt Kommentare Jetzt ist mir mal wieder Bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank.